Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder ein Update zur BYD Aktie für euch dabei und zwar ist hier wieder eine neue Order. Diesmal aus den Niederlanden gekommen, da gehe ich kurz und knapp drauf ein, was hier los ist und dann schauen wir uns wie gewohnt den Jahreschart zusammen an. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt kein Abo da, um nichts mehr zu verpassen und um mich kostenlos zu unterstützen, würde mich mega freuen an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt und zwar mit den aktuellsten Aktien-News beziehungsweise Unternehmens-News hier zu BYD. Was ist passiert? Und zwar melden sie jetzt hier einen neuen Elektro-LKW-Order aus den Niederlanden und zwar für Ikea. Ja, Elektro-LKWs und Events sind eben nach Elektroautos und Bussen ein weiteres Geschäftsfeld, was hier BYD abdeckt. Das wussten vielleicht auch viele nicht, aber auch sehr, sehr spannend für die Zukunft. Und jetzt punktet man hier einfach mit einem Europa-Auftrag aus den Niederlanden. Man hat jetzt eben mitgeteilt, dass man einen Auftrag für Elektro-LKWs an Land gezogen hat. Top Delivery Services, also TDS kurz, hat in Zusammenarbeit mit Bluecans e.V. Das ist der neue Distributionspartner und BYD-Truck-Händler in Holland oder in der Niederlande. Zehn reinelektrische Trucks des Modells BYD ETM 6 Truck angeschafft. Die Fahrzeuge sollen jetzt hier speziell für den umweltfreundlichen und emissionsfreien Lieferservice von Ikea in Amsterdam eingesetzt werden. Und der BYD-Händler Bluecans mit Sitz in Breda ist hier eben Experte für emissionsfreie City-Logistik, einschließlich auch der Ladeinfrastruktur, Leasing und auch für sogenannte Flottenmanagement-Lösungen. Und angetrieben werden hier die Elektro-LKWs, die eben hier für diese emissionsfreie Stadtlogistik auch vorgesehen sind für die Zukunft, von der BYD-Eisenphosphat-Batterie-Technologie, die hier eben in der 7,5-Tonnen-Kategorie eine Reichweite von 200 Kilometern bei voller Beladung bieten soll. Finde ich eine gigantische Reichweite, wenn man überlegt, dass manche normale PKWs zum Teil nur 350 oder 500 Kilometer schaffen. Finde ich 200 Kilometer bei einem 7,5 Tonner, der voll beladen ist, wirklich gigantisch. Und Top Delivery Services ist hier ein Joint Venture von niederländischen Logistik-Dienstleistern, eben bestehend aus Hollwerda-Transport, Transport betrifft Van Rooyen und Brackenhof-Transport. Also die drei sind hier eben zusammen in einem Joint Venture. Und wie gesagt, die wollen in Holland oder hier in Europa das Ganze vorantreiben. Und wie gesagt, ich finde es natürlich keinen kleinen Namen. Das ist hier die Flotte für Ikea und man geht hier mit gutem Beispiel voran. Ich finde allgemein auch, was das Thema Technik betrifft, sind hier die skandinavischen Länder sowieso sehr, sehr weit vorne. Auch was das Thema Bargeldlos bezahlen geht, da machen sie uns wirklich gut was vor, muss man sagen. Also sowohl Norwegen, Schweden, Finnland, so wirklich diese ganzen nördlichen Länder in Europa sind da sehr, sehr weit. Da hinken wir in Deutschland noch gigantisch weit hinterher. Da sind wir wirklich noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, im Mittelalter stehen geblieben, finde ich persönlich. Und da muss noch einiges nachgezogen werden. Aber es ist ein schöner Auftrag aus Europa für BYD. Und man sieht, dass sie ja auch in ganz, ganz vielen weiteren Geschäftsfeldern und Segmenten unterwegs sind. Deswegen für mich auch die News heute sehr, sehr wichtig. Wir schauen, was die Aktie macht. Das ist ganz normale Konstellierung aktuell. Wir hatten hier einen Allzeithoch ausgebildet von 36, 31. Wir stehen trotzdem weiterhin über der 50-Tage-Linie, was sehr, sehr wichtig ist im kurzfristigen Bereich. Sollte hier eine gewisse Unterstützung geben. Und natürlich auch im langfristigen Bereich über der 200-Tage-Linie. Auch ganz gesund, wie gesagt, dass wir hier konsolidieren. Wir stehen bei 33,28 Euro, ein Minus von 1,74 Prozent heute. Und schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, ob ihr BYD weiter ausbaut. Wie groß eure Position schon ist, falls ihr sie im Depot habt. Oder ob ihr sie eventuell nur auf der Watchlist aktuell habt. Und was ihr vielleicht auch zu dem Auftrag sagt, gerne alles, was euch interessiert, unten in die Kommentare schreiben. Und da würde mich natürlich brennend interessieren, welche Aktien interessieren euch. Schreibt mir auch das gerne unten in die Kommentare. Würde mich mega interessieren und ich picke mir immer wieder einzelne Aktien von euch raus. Und das war es jetzt eigentlich soweit schon von meiner Seite. Und wenn euch mein Video, mein Kanal gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und um mich kostenlos zu unterstützen, würde mich natürlich mega freuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.